Irgendwie sieht jetzt alles ganz anders aus. Was ist hier passiert? Hey, Friends, das Video kommt mal wieder ein bisschen später am Tag. Ich hoffe, ich kriege es vor 20 Uhr hin. I wish. I give my very best. Ich komme gerade frisch von der Schule. Ich sollte duschen, ich sollte kochen. Ich sollte mich auch vielleicht mal ein bisschen entspannen. Nee. Ich habe euch so lieb. Ich nehme erst mal dieses Video auf, weil ich meine Zeiten einhalten möchte. Hä? Irgendwie sieht jetzt alles voll anders aus. Ja, es... Seit wann schneit es? Liegt das jetzt am Schnee? Schneid riecht seit... Hä? War das davor schon? Und das ist jetzt... Es sieht so anders mit einmal aus. Es sieht aus, als hätte ich Reshade an. Is it me? Am I the drama? I don't think I'm the drama. Ich mache den Winter einfach mal aus. Sorry. Einen wunderschönen guten Hallo, Freunde des Winters. Und Freunde des Sommers, weil wir sind Großteilsfreunde des Sommers. Es ist Mittwoch. Ihr wisst, was das heißt. Pferdekauf. Sonst hättet ihr nicht drauf geklickt. Ihr seht das wahrscheinlich überall. Und ihr könnt es euch denken. Ihr wisst wahrscheinlich. Ich habe die News noch gar nicht gelesen. Ich weiß nicht, wie es abgeht. Und mich hat vor kurzem jemand die Frage gestellt, wie ich das eigentlich hinbekommen, das Event nebenzu so zu meistern und alles, weil die Person selber berufstätig ist. Die ist das Ananas. Ähm... Gar nicht. Deswegen ist mein Pferd auch nicht richtig verpflegt. Ich bin selber selten online. Momentan tatsächlich nur zum Aufnehmen. Ganz zwischendurch. Ab und zu mal für mich. Aber ich habe momentan einiges an Klausuren. Ich hatte heute auch wieder zwei Klausuren. In der Abendschule habe ich Klausuren. Nächste Woche schreibe ich Mathe. Mich graust es. Ich denke, ich werde es überleben. Aber als vor Weihnachtsstress kickt, ich glaube, die Zeit, meine Freizeit verbringe ich halt wirklich mit Schlafen. Winterschlaf nennt man das. Ne, ich glaube, wir können das relaten. Zurück zum Thema. Ich will die News lesen. Die Seite lädt nicht. Ist das jetzt mit Internet oder... Wenn jetzt, wenn Internet abschmiert, kriege ich einen Vogel. Wenn da jetzt gleich Netzwerkfehler steht, werde ich stinkesauer. Ach, dann halt übrigens Willi Datten. Ist auch nicht schlecht. Spielupdate. Zuckersüße Pferde. Lebkuchen. Einmal Lebkuchen und einmal Wettler. Dann die süßen Begleiter. Gumdrop. Oder einfach Gumdrop. Murla. Kann das sein? Boah, ich bin ganz ehrlich. Ich bin mir noch unsicher, ob ich mir beide Pferde hole. Eins, ja. Aber im anderen bin ich mir nicht sicher. Vor allem, wenn die nächstes Jahr sowieso reduziert sind. Boah, wir gucken. Okay, wir gucken. Wir chillen einfach mal. Ein paar freche Zwerge, die sich als Lebkuchenmänner verkleidet haben. Was? Ich reiz halt gar nicht. Fotos. Der Winterdorfhelfer Zimtil bastelt ein Erinnerungsalbum. Er braucht jeden Tag ein Foto. Wenn ich jetzt jeden Tag ein Foto machen muss. So viel dazu. So viel zum Thema gerade. Zwei weitere Pferde wollen sich den Winter... Was? Was? Hä? Noch mehr? Jetzt hakt es aber. Hä, ich habe nichts... Haben wir Spoiler? Ich habe nichts mitbekommen. Ich wohne schon wieder hinter dem Mond. Ach, wisst ihr was? Wir gucken nach dem Intro. Jetzt kommt erstmal entspannt das Intro. Lila! Noch zwei weitere Winterpferde. Bewegt mich jetzt erstmal ins Winterwonderland. Ich gehe jetzt mal auf TikTok. Auf TikTok sind dann mal gleich sofort alle Spoiler. Hä, irgendwann mal doch Spoiler haben. Oh, ich sehe gerade der lila Ton ist weg. Waren die Wolken davor schon? Hä, das war doch davor noch nicht so, oder? You will notice that not only do we have new friends, but more life is roaming around the Winter Village. Some are a bit more mischievous than others. Was? Und schon wieder? Warte mal, ich muss die Kommentare... Ich komme ja überhaupt nicht... Es ist schön, dass das Pferd übrigens im Englischen auch Liebkuchen heißt. Aber nochmal, zwei neue Pferde... Boah. Ah, ähm, doch, ähm, alle, die jetzt nicht gespoilert werden wollen, hören jetzt mal ganz kurz weg. Ich versuche das jetzt... Also ihr könnt hier einmal skippen. Neuer Shire und neuer Eastländer kommen. Das sind keine magischen Pferde. So, Spoiler Ende. Wie laufe ich gerade an? Oh mein Gott, mir fällt das gar nicht. Habe ich jetzt schon... Habe ich heute Internetprobleme? Warte, mich in die Handelwurz nehmen, oder? Oh, nee. Und warum habe ich schon wieder eine Kettensäge in der Hand? Nee, ich hätte oben bleiben müssen. Scheiße. Oh, mir gefällt das nicht, Freunde. Ich befürchte, ich werde gleich ein Netzi haben. Ich überlege gerade, ob ich nicht einfach rausgehe. Moment. Vielleicht ist das auch nur wieder ein Bug. Oh, das ist ein schönes Bild. Aber das funktioniert. Ich kann hin und her switchen. Star Stable mal wieder ein riesengroßes Rätsel. Ah, ja, geht das euch gut? Das ist der Brie mit dem, ähm, Erinnerungsalbum. Dann haben wir den zweiten Brie, den Streusel. Mit Lebkuchenfreunde. Lebkuchenfreunde spielen Gärt in Gärtnwern. Was? Die lüten Freunde wieder ein, was? Ah, ich muss jetzt diese Zwerge da einfangen. Wo geht's hier nochmal runter? Äh, ich hatte voll die gute Idee. Euch gefällt Realistic Roleplay und das Video mit Felix kam auch echt gut bei euch an. Ich hab Bock, das zu kombinieren. Sprich. Alter, Star Stable mal wieder backen. Aber auf. Tika. Was? Äh, ja. Äh, äh, ich möchte das. Also das ist so ein Ding. Hallo. Tika, bleib doch. Hallo. Kombinieren. Ein Realistic Roleplay mit Felix. Ich komm hier gar nicht zu reden, kann das sein. Hättet ihr da Bock drauf? Ach, ich glaub, ihr habt da Bock drauf. Ihr habt richtig Bock drauf. Ich hab einen verloren, weil ich zu schnell bin. Ich will das nicht mehr. Das ist wie die Zeit, wo da einer von uns leidet. Es ist so göttlich, wie schon wieder alles nur am Rumpacken ist. So ist da eine. Da ist nichts. Bugstable, wir lieben es. Aber so heftig war es schon wirklich lange nicht mehr. Habe ich jetzt noch alle dabei, ja. Oh, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, von dem Pferd nächste Woche weiß ich nicht sicher, ob ich mir eins kaufen möchte. Muss ich mal gucken. Schauen wir mal. Noch ist es nicht so weit. Wo will ich denn hin? Ah, ich will es in den Pferden, gell? Deswegen sind wir ja heute da. Wir haben auf jeden Fall die Begleiter. Den Hund habe ich immer noch, aber ich weiß nicht, ob ich den nochmal kaufen kann. Hier ist da ein Pinguin. Papa Pinguin. Das ist der andere Pinguin. Das gefällt mir irgendwie nicht so. Oder was ist das Ding? Nee, ich bin halt ein kleiner Sparfuchs. Für die, die es nicht wissen, ich bin Schworbe. Und was ist das? Ach so, Handschuhe. Ich dachte gerade, das ist eine Krawatte. Und ich finde das gerade alles unglaublich teuer. Ich weiß, ich habe einen Sammeltick. Aber ich finde zum Beispiel das Shire hier irgendwie nicht so schön. Obwohl das doch... Also in den Spoilern war es nicht so schön. So gefällt es mir. Viel besser. Ich gehe jetzt kurz hier in den Modus. Doch, es ist eigentlich doch ganz schön. Es ist... Jetzt hat es mich wieder. Oh, es sieht halt verdammt edel aus. Oh, der Glanz ist ja krass. So richtig dieses Perlschimmern. In einer unverwandelnden Form ist es halt der eine Shire, den es schon gibt in der Generation 2. Der mir tatsächlich am wenigsten gefällt. Ja, aber den bin ich mir einfach echt unsicher. Aber er gefällt mir halt so jetzt gerade vor mir stehend, in-game, gar nicht so schlecht. Ich finde ihn auch auf den Bildern, wo ihr schon gepostet habt, auf Insta, voll schön. Äh, nein, eben nicht. Eben nicht so schön. Dafür aber, weil ich bin voll der Fan von Pferden, die nach Essen aussehen. Zum Beispiel so ein Pferd, das zum Beispiel aussieht wie ein Eis. Wäre auch ganz cool. Und sowas feiere ich habe voll ab. Die Details sind halt gering. Also was heißt die Details hier? Es sieht halt echt aus wie ein Lebkuchen, ne? Hier Bemuskelung etc. ist halt weg. Das hat echt einen Lebkuchen. Es sieht halt verdammt cool aus. Und in der unverwandelnden Form ist es halt auch voll schön. Es ist halt voll meins. Der Gute zieht halt ein. Auch wenn er nächstes Jahr wahrscheinlich günstiger gibt. Ist egal. Personalisieren und kaufen. Ähm, es ist wie immer zeitlos. Also meine Ding-Pferde sind ja zeitlos. Das Ding ist, ich habe jetzt wie heißer Lebkuchen schon wieder. Lebkuchen-Pferd auf Englisch. Ich habe schon ein Pferd, das so heiß. Glaube ich. Das heißt irgendwie Honey. Gingerbread. Ne, das habe ich glaube ich noch nicht. Geht das? Das wäre cool. L. Ne. Ginger. Oh. Ginger. L. Gingerbread. Im Ernst? Ich glaube aber Lebkuchen-Pferd gibt es auch. Nö. Ähm. Damit hat sich das erledigt. Der Name war ein bisschen easy peasy. Dann würde ich sagen Gingerbread sieht ein. Na, ich kann nicht klicken. Bin zu blöd dazu. Und ich reite die gute Stute. Das ist gar keine Stute aus dem Hengst. Ich reite die gute Stute jetzt einfach mal. Also, hoppala. Das wollte ich jetzt gar nicht. Mit der Kettenzickel. Das kann man doch nicht ernst nehmen. Aber es sieht, guck mal da oben dieses Bild. Sieht ja das? Das sieht so cool aus. Das ist so cool. Also, die Gangarten kennen wir. Das sind die vom Lipizzaner. Das ist der Lipizzaner, oder? Ist das der Lipizzaner jetzt? Ja, ist der Lipizzaner. Ich gehe mal kurz bloß aus dem Winterdorf raus, weil das ist mir hier alles zu dunkel. Wenn ich den Weg noch raus finde. Geht's hier raus? Ich muss raus. Ich muss raus. Ah, wir haben hier einen Adventskalender. Oh. Also. Im öften Türchen. Das werdet ihr schon wissen. 500 Pferde-XPs. Das hat sich diesmal gelohnt. Im zwölften 100 XP. Mashallah. Und dann Knöchel. Turnschuhe. Die sind ganz akzeptabel. If anyone's interested, die backen hier immer noch rum. Vielleicht erkennt sich jemand wieder. Ich habe mich trotzdem gegen das andere Pferd entschieden. Ich würde es mir kaufen. Aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Einfach aus dem Grund. Weil ich das nächste Jahr wahrscheinlich günstiger bekomme. Genauso wie die Tierchen. Die Satteltaschenviecherchen. Wie soll ich sagen? Wenn ich jetzt überall sehe, wie die Pferde reduziert sind. Ich freue mich, ein bisschen ein paar gekauft zu haben. Weil ich habe sie mir nur gekauft, weil sie haben wollte. Wenn ich weiß, bekommen sie günstiger. Obwohl sie mir nicht so gefallen. Wer von euch kann das relate und schreibt es mir mal in die Kommentare. Dass das Pferd. Der Schweif ist auch so interessant. Ich gehe jetzt mal kurz in den Fotomodus. Mal gucken wir uns das Ding bis ins Detail an. Einfach. Egal was man denkt und sagt, dass es so süß ist. Es ist zum Anbeißen. Aber genug davon. Hier haben wir es noch in der unverwandelten Form. Auch mega schön. Einfach so ein Fuchs und dann diese Blässe dazu. Mich würde es interessieren, von wem es ist, die Inspiration da genommen hat. Von welchem Pferd. Gibt es bestimmt wieder irgendeins. Ich finde das echt schön. Ich bin ja gerne, also die, die mich kennen. Ihr könnt es mir in meine Kommentare schreiben, ob ihr das mittlerweile wisst. Aber ich mag ja Füchse sehr. Daher lieb es. Also ich lieb es wirklich. Es ist stark. Es ist super. Es ist, oh, gibt es euch. Das ist so toll, dieses Pferd. Also das freut man. Vor allem dieser Galopp. Haben die den Galopp verändert? Niemals hatte der Libizana schon diesen Galopp. Der ist ja wie auf dem Schlachtfeld. Der Galopp ist ja richtig cool. Der ist richtig stark. Der gefällt mir voll gut. Hä, als ob der den davor schon gehabt hat. Haben die den verändert? Nicht so blind. Also ich bin blind. In wie vielen Blützern ich jetzt die letzten Tage vorbeigefahren bin und den nicht gesehen habe. Wobei ich denke, dass die kurz nachdem ich, kurz bevor ich da vorbei bin, abgebaut wurden. Die haben alle Respekt vor mir. Hätte ich auch. Ist das noch irgendwas zu tun? Jetzt bin ich schon wieder in der Sammlung. Noch irgendwas zu tun? Nee. Okay. Ich habe einen total steifen Nacken, weil ich mich gestern gestreckt habe. So sportlich bin ich und mir ist es so reingefahren. Oh Mann. So, keine Ahnung. Was soll ich das erklären? Was ist das für eine Verletzung? Schlaf? Ich würde dann sagen, an dieser Stelle könnt ihr mir schon mal in die Kommentare schreiben. Welches Pferd oder ob ihr euch eins von den zwei geholt habt? Weil viele überzeugen die jetzt gar nicht. Ich habe die mal vergleicht mit den Pferden zu letztem Jahr. Ja, es ist ein großer Unterschied. Die letztes Jahr waren ein bisschen realistischer. Finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Also so ein Lebkuchenpferd wollte ich schon immer mal haben. Aber das andere ist jetzt, finde ich, überhaupt nicht wild. Ist jetzt nicht so mein Geschmack. Von der Rasse her nicht. Von der Farbe her nicht. Aber es ist trotzdem sehr gut geworden. Ich werde es mir auch noch holen. Vielleicht hol ich es mir doch auch noch eher. Aber nicht in diesem Video. Sorry. Guck mal mal, was wird. Genau. Unterlasst mir gerne einen lieben Kommentar. Das ist immer sehr wichtig. Damit könnt ihr mich richtig gut unterstützen. Weil ihr tut dem Algorithmus... 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 Da ist kein K. Algorithmus... Einen gefallen. Ey, ich habe heute Deutsch und Französisch geschrieben. Ich kann echt nicht mehr reden. Sorry. Er tut dem Ganzen einen gefallen. Deswegen immer fleißig liken, kommentieren. Ich sehe alle Kommentare. Medududududu. Bedeutet es die Welt? Ich glaube, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Macht's gut. Bleibt gesund. Und ciao. Kakao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020